Hi Leute, heute mal wieder bei Wischka. Der Junge ist ein bisschen schmuddelig, der steht hier in meinem Freien. Junior ist da hinten gerade am Fummeln. Wir haben jetzt mal eine 3 Achtel Verlängerung besorgt. Ich habe die jetzt mal zurecht geschliffen zum Vierkant, dass wir die Klappen öffnen können. Auf der rechten Seite geht es schon mal. Auf der linken, naja, da will das noch nicht so richtig. Und wieder ist da noch zu viel Dreck drin in dem Vierkant. Deswegen ist Junior da hinten gerade mit dem Schraubenzieher rumpuppeln. Wir haben mal die Fenster aufgemacht und hier an dem Fenster haben wir eine Undichtigkeit oben. Und da will ich auch noch zwei neue besorgen, dass wir da mal neue einsetzen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch noch Fenster rein. Da muss ich mal im Internet gucken, was es da Schönes gibt. Ansonsten steht mein kleines Ungetüm hier in der Gegend rum. Ja, jetzt werde ich gleich noch mit meinem Kumpel quatschen, was wir mit den Bremsen machen. Waren wir den mal umstellen auf die Betonfläche. Hier hinter mir ist ja noch ein Zelt, da ist ein Boot drin. Der gute Mann hat auch schon mit mir gesprochen. Der will nächste, übernächste Woche sein Boot rausholen und zu Wasser lassen. Ich dachte, der wäre schon längst auf dem Wasser. Aber ne, da muss ich ihn sowieso wegfahren. Also nächstes Wochenende bin ich sowieso nicht da. Übernächstes vielleicht, das weiß ich nicht. Aber mein Kumpel hat ja noch einen Schlüssel. Dann fährt er das Monster weg. Aber den hole ich mir jetzt gleich mal und werde den mal starten, um mal zu gucken, ob er überhaupt noch anspringt. Aber die Batterien dann sagen. Denn seit Januar war er ja ruhig. Also, gucken wir erstmal nach Öl und nach Wasser, bevor wir überhaupt den Hobel anschmeißen. So, damit haben wir mal aufgemacht. Unser kleiner Luftfilter. Hier haben wir dann Wasser. Da gucken wir mal gleich rein. Aber Wasser ist voll, so wie es sich gehört, wie es sein soll. Schön mit Frostschutz und Nabärchen. Kann man wieder zumachen hier. Und dann werden wir jetzt mal mal gucken hier, wie ich das am blödesten hinbekomme. Mal hier mit dem Ölmessstab rumfummeln. Guck mal her. So, jawoller. Mal abwischen. Schwuppdiwupp. Und dann führen wir den da unten wieder ein. So. Und dann wollen wir mal gucken, ob das noch alles passt und noch genug drauf hat. Und wie sieht es aus? Drehen wir mal um. Hier noch eine Anzeige. Das sieht gut aus. Kann man gar nicht erkennen auf der Kamera. Aber das sieht gut aus. Wunderbar. Na, dann werde ich mal den Schlüssel holen von drinnen. Weil ich habe meinen wieder vergessen mitzunehmen, wie immer. Und dann werden wir den mal starten. Mal gucken, ob das sagt, der kleine Kumpel. Ja. Hier ist noch der Scheibenwischwaschbehälter. Den muss ich noch in Ordnung bringen. Da fehlt der Schlauch. Warum auch immer. Da muss ich mal noch gucken. Hier hinten haben wir die robuste sowjetische Elektronik. Ja. Es funktioniert aber. Ja. Egal, was man dazu sagt. Und wie es aussieht. Es funktioniert. Hier haben wir noch ein paar Schalter. Da habe ich bis jetzt noch nicht rausbekommen, wofür das ist. Aber ich denke mal, das ist für die Motorheizung alles. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Hier unten haben wir ja die Lenkung. Die Lenkung kommt ja hier runter. Zack, zack. Aus der Lenkgetriebe hier unten. Und dann wird das ja umgelegt. Ja. Dann werden wir da mal gucken. Ich werde mal gucken, mal ein bisschen Diesel vorpumpen. Weil der stand ja nun schon eine ganze Weile. Ja. Mal gucken. Ja. Ja. Jawoll. So. Jetzt haben wir Diesel da. Und dann werde ich meinen Schlüssel holen. Und dann werden wir den mal starten. So. Strom haben wir schon mal da. Lampe leuchtet. Dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Schauen wir mal. Na, normal. Das war zu kurz. Seit Januar nicht mehr gelaufen. Einmal den Schlüssel gezeigt. Zack, ist er da. Ja. Ja. Sieht jetzt gerade noch ein bisschen wüst aus. Hier haben wir noch den Beifahrersitz ausgebaut. Hier war ja die Bank drin. Da haben wir erstmal unten alles. Habt ihr ja schon mal gesehen. Alles aufgemacht und sauber gemacht und grundiert und Rossschutz und Unterbodenschutz und jetzt lackiert. Habt mal ein bisschen Dachluke aufgemacht. Naja, hier ist noch ein riesen Staukasten, der hier noch rechts an die Seite rankommt. Und, oder so unser Tisch, der kommt jetzt wieder raus, dass wir draußen sitzen können. Ja. So sieht es im Moment noch aus hier. Also noch ein weiter Weg, bis der mal ausgebaut ist. Erst mal den Boden machen, die Röscher zu machen, die Eisen rausnehmen. Ja. Und da habe ich noch gut zu tun. Jetzt wollen wir erstmal Gummidichtung machen. Denn die sehen alle nicht mehr so toll aus. Da wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt mal hinbekommen, dass eben hier nicht mehr das Wasser hier reinläuft. Auch da oben über die Türkante läuft das so ein bisschen rein, am Fenster. Und das wollen wir jetzt mal in den Griff bekommen. Aber, ihr seht, seit Januar, Anfang Januar umgestellt und er läuft sofort. Zack. Oh, da haben wir ihn. Mal gucken, ob er ein bisschen hustet, der Junge. Naja, qualmen würde er ja. Ja, er qualmt aber nur ein bisschen. Und das gibt ein bisschen mehr. Aber im Winter ist richtig barbarisch böse. Ja. Und hier, hier haben wir halt die Klappe, wo wir jetzt die Gummis neu machen. Die hatte ich schon mal eingeklebt, aber das hat mich gehalten. Das war auch nicht das Richtige. Da ist oben immer noch über den Rahmen das Wasser reingelaufen und dass der Staubkasten hier unten dann hinkommt. Ja, da habe ich jetzt neue Gummis besorgt. Die wollen wir jetzt einkleben. Sauber machen. Alles anmachen, sauber machen. Mit Waschbenzin und dann einkleben. Ja, jetzt sind auch die ganzen Insekten aufgestreucht. Hahaha. Ja, hier ist das von den Linden hier, ne? Der ganze Dreck. Naja, gut. Aber das ist äußerlich. Das bleibt ja nun mal nicht außer er so draußen steht. Aber er läuft und da bin ich jetzt erstmal zufrieden. Und er hängt schon wieder an der Flasche. Ach nee. So, liebe Leute. Jetzt wird der Ural mal umgeparkt. Weil dahinter aus dem Zelt fällt derjenige an seinem Boot, der will das fit machen. So, let's begin are three. Wo eben geht's, dingnet ihr nach die Flasche wieder. Wo eben geht's? So, liebe Leute. Willkommen. 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 naja hat er doch hinbekommen geht doch drei anläufe ist doch mal in ordnung jetzt bin ich ohne an das loch gefallen hier drei anläufe geht doch wieder dafür dass er nie auto fährt kann man sich nicht beschweren so leute da haben wir mal die klappe ausgebaut wenn man den drosten sauber macht und neu lackiert und dasselbe machen wir mal jetzt noch mit dem kasten deckel der sie die auch nicht mehr so toll aus so hier haben wir das loch die luke wo die da oben rankommt hier habe ich dann auch die dichtung eingeklebt das ist so eine leider nur schaumstoff dichtung gummi dichtung habe ich nicht bekommen und normalerweise haben die die dichtung immer an der klappe hier ist noch farbe dran vom lackieren und ich habe die jetzt mal hier rein rein geklebt in der hoffnung dass das vielleicht besser abdichtet wenn die klappe dagegen drückt dann müssen wir mal gucken ob das funktioniert ja aber im moment liegt die noch da hinten habe ich jetzt auf den reifen stapel gelegt da da noch mal zum trocknen da hinten damit so rum faul und dumm damit so rum hier in der sonne und sieht ja schon ganz gut aus man kann die schon mal anfassen sieht auch ganz gut aus hier sind getrockne aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch nicht dass naja dann doch irgendwie trocken ist noch feucht ist und dann klebt er zusammen und dann habe ich einen scheiß habe so ja schon überlegt ob ich hier noch mal eine dichtung rind klebe das dichtung auf dichtung drückt wäre vielleicht ohne so schlecht naja mal gucken wir werden uns jetzt mal daran machen junio und ich die klappe da wieder einbauen wir holen die mal hierher und hängen die dann mal hier wieder ein so junior hängt jetzt mal die klappe rin denn scharnier ja jetzt kannst du mal ich gebe dir mal die schrauben hier kannst meine ansetzen hast du gleich ja wunderbar ich habe leider gehen eine start zum 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 ölen da ist der batteriedeckel der fehlt auch den mache ich ja noch aber wohl erst morgen weil heute mit dem lackieren dann nicht das ist dann mal ein bisschen schlecht und damit haben wir die luke schon drin und schrauben nur noch die anderen vier schrauben und dann sollte das endlich wieder dicht sein wenn wir morgen testen so jetzt haben wir jetzt fest wie man sieht mit wasser haben jetzt dichtung zweimal geklebt immer hier in der klappe und einmal da und wie man sieht ist die klappe innen nass da sieht man es schaumstoff dichtung hat sich auch voll gesorgt und dadurch weil die sich wahrscheinlich voll saugt läuft das jetzt wieder nach innen deshalb ist die klappe nass also erfolg lackieren gut war das wasser wieder schön abperlt jetzt wird nicht mehr aufgenommen von der holzplatte erfolgt dichtung war mal umsonst also muss ich sehen dass ich doch irgendwie eine gummiedichtung ran bekomme dass das doch besser ist hatte gehofft dass das mit dieser schraubstoff dichtung geht weil die auch für garagentore sein soll mit garagentore müssen jetzt nicht unbedingt wasserdicht sein hatte gehofft dass das funktioniert das war mal ein schuss in ofen na gut dann auf zum nächsten versuch mit einer gummiedichtung erstmal sehen wo ich die her bekomme so 21 uhr wir sind durch wir hauen ab wir verdünnisieren uns wir machen uns auf dem weg junior fährt das auto hin und wir toben mal los es reicht morgen geht es dann weiter erstmal europawahl und dann wieder hierher in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen abend macht's gut schönen sonntag viel erfolg bis dann